Die Erstellung einer Mindmap ist eine Strukturierungsmethode. Es sollen das zentrale Thema herausgearbeitet und alle Aspekte einprägsam geordnet werden. Ziel ist es, einen Text bildhaft darzustellen. Aufbau und innere Zusammenhänge werden grafisch abgebildet. Dabei stehen die dicken Äste für die Hauptaspekte des Textes. Hier werden allgemeine Informationen zusammengestellt. Die dünneren Verzweigungen stellen die Nebenaspekte des Textes dar. So werden die allgemeinen Informationen der dicken Äste mit speziellen Informationen gefüttert. Eine Mindmap folgt der Logik vom Allgemeinen zum Speziellen. Für die Methode werden zuerst in Einzelarbeit vier Schritte umgesetzt. Die Lernenden erhalten in Schritt 1 einen Text und lesen ihn gründlich. Im Text markieren sie alle wichtigen Informationen zum Thema. In Schritt 2 werden alle wichtigen Gedanken und Begriffe aus dem Text aufgelistet. Sie werden nach Ober- und Unterbegriffen sortiert. Längere Gedanken sollten dabei auf Einzelbegriffe verdichtet werden. Für Schritt 3 wird auf einer leeren Seite eines Mindmap-Programms weitergearbeitet. Das Thema wird in der Mitte der Seite notiert, rundherum die Oberbegriffe. Von ihnen ausgehend werden die zugehörigen Unterbegriffe ergänzt. In Schritt 4 werden die Mindmaps auf ihre Wirkung, Darstellung und Übersichtlichkeit überprüft. Jetzt können zum Beispiel neu zuzuordnende Unterbegriffe verschoben werden. Auch farbliche Kennzeichnungen von Zusammenhängen, Anpassungen von Formen oder Beschriftungen von Linien können hier stattfinden. Die nächsten beiden Schritte finden in Partner- oder Gruppenarbeit statt. Zunächst Schritt 5 Die Entwürfe der Mindmaps werden den anderen vorgestellt. Beim gemeinsamen Vergleichen wird auf Unterschiede und fehlende Punkte geachtet. Wenn die digitale Mindmap mit den anderen Lernenden geteilt wird, können diese Veränderungen in der Mindmap vornehmen. Im sechsten Schritt werden in den Kleingruppen gemeinsame Endfassungen der Mindmaps erstellt. Bei der Zusammenführung können Überarbeitungen wie in Schritt 4 vorgenommen werden. Die Mindmaps werden abschließend von den Kleingruppen vorgestellt und besprochen. Und natürlich gilt, abspeichern nicht vergessen.